Yo, yo ihr verrückten Bieste, herzlich willkommen zu der Platzierungsbekanntgabe der Leute, welche die erste Gruppenrunde des Cup of Architects überstanden haben. Nochmal kurz zur Erklärung, in dieser Runde gab es acht Vierergruppen und aus jeder Gruppe kommen jeweils zwei Leute in die nächste Runde weiter. Im Vorfeld konntet ihr selber mitbestimmen, wer denn weiterkommt, weil ihr selber für die Plots voten konntet, die euch gefallen haben. Und dadurch sollte es eigentlich für euch jetzt auch ziemlich interessant sein zu sehen, wer sich denn auch wirklich durchgesetzt hat. Und deswegen labern wir nicht mehr weiter rum, hier seht ihr wer weitergekommen ist. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss.